Heute sprechen wir über die besten Hundespielzeuge im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Hundespielzeuge im Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das Hunde-Hundespielzeug ist in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Wir konzentrieren uns auf Eichhörnchen, aber es gibt auch Enten, Kaninchen, Biber, Ratten und eine Vielzahl anderer Tiere. Dabei achtete der Hersteller unter anderem auf ein realistisches, attraktives und dennoch amüsantes Erscheinungsbild der Tiere. Das Eichhörnchen hingegen ähnelt einem Streifenhörnchen, was höchstwahrscheinlich auf eine Fehlübersetzung zurückzuführen ist. Seine Form ist wirklich natürlich, genau wie das, was Ihr Hund im Freien suchen würde. Nummer 4. Ein paar quietschende Latex-Kreaturen für kleine vierbeinige Kumpels ist das Kiwawa-Hundespielzeug. Da das Material vollständig aus Naturlatex besteht, kann Ihr Hund beim Beißen oder Spülen keine Giftstoffe aufnehmen. Wenn Sie es drücken, ist das Quietschen wirklich laut. Es wird selbst den stärksten Jagdinstinkt des kleinsten Hundes wecken. Die Kollektion umfasst vier kugelförmige Tiere, einen Frosch, ein Küken, einen Bären und ein Schweinehundespielzeug. Vor allem Welpen sind im Umgang mit diesen kugelförmigen Gefährten versiert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 des Hundespielzeugs Welove besteht aus 6 Teilen. Für Ihren geliebten 4 Beine gibt es neben Bällen und Seilen auch Hundespielzeug aus Plüsch. Welove beschreibt die Farbauswahl als zufällig. Die Farbgebung auf dem Foto muss bei den mitgelieferten Teilen nicht immer exakt eingehalten werden. Ein Hundeball, der sich hervorragend zum Fangen eignet, Hundeseile zum Ziehen und Ziehen und sogar ein Plüschhund zum Umarmen und Verteidigen sind im Paket enthalten. Natürlich gibt es die Spielzeuge an verschiedenen Größen. Keiner von ihnen reicht über 33 cm. Nummer 2 Das Trixi Hundespielzeug ist ein intuitives Hundespielzeug. Das sich ideal für neugierige und intelligente Hunde eignet. Es gibt viele Vierbeiner, die sich nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell bewegen möchten. Dies ist mit Hilfe dieses Strategiespiels möglich. Dadurch wird Ihre Bindung zu Ihrem Haus der um den Faktor 10 gestärkt. In diesem Szenario hat das Trixi Hundespielzeug einen Schwierigkeitsgrad von 2 und ist besonders für kleine Hunde geeignet. Um Ihre Leckereien zu erhalten, müssen Sie entweder die Deckel bewegen oder sie auf- und zuklappen. Und die Nummer 1 unserer Liste mit dem Kon-Hunde-Spielzeug-Wubbler muss sich Ihr Hund seine Leckerliste viel Aktion verdienen. Dazu müssen die Gurdies zuerst in den Wubbler gelegt werden. Darin befindet sich ein kleines Loch, durch das die Ware einzeln herausfällt. Dies geschieht nur, wenn der Hund richtig mit dem Kon-Wubbler spielt. Das Spielzeug steht zunächst kerzengerade, bis es von der Schnauze oder Pfote des Tieres geschlagen wird. Danach bricht es zusammen und rollt durch den Raum. Gelegentlich wird ein Gurdie verlegt, das den Hund dazu ermutigen soll, weiter zu spielen und zu trainieren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.